Ein Mann. Eine Mission. Eure Königin sucht nach Unsterblichkeit auf Erden. Drei Zeitalter. Esi, Esi! Ich werde für Spanien sterben. Die Bestie herrscht mit blinder Wut in meinem Reich. Die Suche nach dem Quell des ewigen Lebens. Gerade wetzt sie ihre Krallen für einen weiteren schicksalsschweren Schlag. Nominiert für den Goldenen Löwen von Venedig. Der Tumor im Stammhirn ist wieder da und wächst schneller. The Fountain. Es ist fertig bis auf das letzte Kapitel. Bring es zu Ende. Das bildgewaltige Meisterwerk von Filmvisionär Darren Aronofsky. Kinowelt TV. Besser sehen.